Das ist scheiße. Das hier, das ist Bumsty, der Quoten-Youtuber. Er macht niveaulose Comedy seit 2015 und hat sich darauf spezialisiert, mit seiner monotonen Stimme seine Zuschauer zu Tode zu langweilen. Hi. Auf seinem Kanal findest du absolut unnötigen, austauschbaren Content. Basteln wir heute einen Aluhut. Bäume in Wahrheit leben und uns nur abhängig von Sauerstoff machen wollen. Milch ist Gift. Keinen Humor. Meine erste Frage an dich, Apo, ist, willst du mich eigentlich ficken? Und mehr Infovideos als eigentlichen Content. Jetzt fragst du dich sicherlich, warum sollte man ihn abonnieren? Einfach nur, damit seine Videos in der Abo-Box angezeigt werden, du sie aber nicht anklickst. Dadurch hat er viele inaktive Abonnenten und wird bald aussterben. Bitte unterstütze ihn nicht. Und ich bekomme kein Geld dafür, das hier einzusprechen. Und ich bekomme kein Geld dafür, dass wir's nicht ein Performernbe expecting. Wir binden das hier einzusprechen, bis es geht an. Und wir sind absolut und verlinkj�.